Herzlich willkommen! Welche Kompetenzen wünschen Sie? Herzlich willkommen zum Modul Informations- und Datenmanagement 1. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Musik Das war nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Interessant fand ich eigentlich alles, weil ich auch alle Themen irgendwie im Uni-Alltag anwenden kann. Die Tipps zur systematischen Literaturrecherche habe ich vielen Kommilitonen von mir weitergegeben. Auch bei einem Praktikum einem PhD-Student konnte ich da noch was beibringen. Den Austausch hatte man innerhalb der Vorlesung durch die Etherpads. Das sind auch super wichtige Skills, die man ständig braucht. Ja. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. 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 Ja.